Guten Abend aus Palenque. Wir sind gerade angekommen, haben eingecheckt in einem netten kleinen Bed and Breakfast. Es ist jetzt gerade halb sechs. Wir haben eine gute Fahrt hinter uns. Palenque liegt im Stadt Chiapas. Wir haben einmal kurz den Stadt Tabasco überquert. In Chiapas ist es ein bisschen bergiger, das heißt letzte halbe Stunde war ein bisschen rumpeliger. Hat auch mal einen neuen Eindruck gegeben, weil Yucatan bisher ja immer relativ flach war. Ihr seht schon im Hintergrund, wir haben hier so einen schönen Innenhof und jetzt zeige ich euch mal, wo es hingeht. Nummer 18. So, wir haben wieder mal das Vergnügen mit zwei Betten. Daniel hat sich schon wieder gefragt, welches das Arbeitsbett ist und welches das Schlafbett ist. Ich glaube, du hast dich für das hintere als Arbeitsbett entschieden. Daniel hat total Angst, dass wir geköpft werden. Zum einen, weil die Decke nicht so hoch ist. Die Mexikaner sind nicht die größten und weil es ein bisschen backelt. Aber zur Not haben wir. Wir sind ja die größten. Wir sind häufig die größten hier, das stimmt. Ich finde die Deko schön, Daniel nicht. Also keine Option für zu Hause. Genau, das ist so alles, was wir hier so haben. Fenster haben wir bisher noch nicht so richtig geguckt, obwohl uns hier empfohlen wurde. Wir sollten die Telenovelas gucken. Und hier geht's noch ins Bad. Kleines Fenster dabei. Alles, was man braucht. Willkommen in Palenque. Wir sind angekommen. Buenos Dias. Gestern sind wir angekommen. Genau. Gestern sind wir in Palenque angekommen, haben nicht mehr so ganz so viel gemacht und vor allem mal so ein bisschen geplant für die nächsten Tage, was noch so ansteht. Das ist unser letzter Spot Richtung Westen von der Yequatan Insel. Und das heißt... Geil. Es geht wieder zurück nach Osten. Und zwar Tulum. Tulum. Genau. Wir haben uns Palenque als letzten Spot ausgesucht. Hier sind noch im Hintergrund einige Ruinen zu sehen. Das Spannende an diesen Ruinen ist, es sind diesmal kein Weltkulturerbe, dementsprechend was günstiger. Wir haben uns heute mal einen Guide genommen, sind auch noch ein bisschen durch den Dschungel gelaufen, denn diese Ruinen haben nur 7% von dem, was es hier eigentlich an Städte gibt, wurde ausgegraben. Der Rest ist noch im Dschungel versteckt. Man kann immer mal wieder noch vereinzelt auch Bauten erkennen, muss aber schon ganz genau hingucken. Und das war echt ganz spannend, hier durchzulaufen. Man hört im Hintergrund Affen, Brüllaffen. Ja, es gibt zwei verschiedene Affen, Brüllaffen. Und... Ich will nichts Falsches erzählen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns schon gewundert, ob es überhaupt noch Affen gibt in Mexiko. Aber hier sind sie, man hört sie. Jetzt gerade leider nicht, aber sonst soll man sie sehr lautstark hören, weil sie mega laut sind. Wir nehmen euch jetzt mal mit. Tschüss. Tschüss. Auf den Spuren von Indiana Jones. Nachtrag. In Palenque wurde ein Sarkophag entdeckt und wir haben eben aus einer Tour mitgekriegt, das ist der einzige Sarkophag, der entdeckt wurde auf diesem ganzen Kontinent. Spannend. Auf jeden Fall riesig groß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Soh, vielleicht zwei Mal mit der Sprachepers! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020